Nun zeigen wir euch den zweiten Grundrhythmus dazu. Den haben wir lustigerweise genannt. Geht doch, siehste, 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 geht doch. Geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Es ist immer Zeit, während eines Breaks seine Stimme zu Ende zu spielen. Diese kurze Stimme passt sogar zweimal in den Break. Siehste, geht doch, siehste, geht doch. Quatsch, geht doch, siehste, geht doch. Die Stimme fängt mit dem Bass an. Geht doch, siehste, geht doch. Okay, ich spiele ein Signal und wir beginnen mit der zweiten Stimme. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Geht doch, jetzt geht doch, geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch. Geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch, siehste, geht doch, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Wenn man mehrere Trommler zur Verfügung hat, kann man beide Stimmen gleichzeitig spielen. Und jetzt geht's, jetzt habe ich meinen manual.